So, sind wir hier nochmal zurück in der Batcave, denn ich wollte, bevor wir halt auf die Jagd gehen, denn es geht jetzt als nächstes die Jagd los, nach den 100% natürlich, wollte ich nochmal die Batcave kurz auskundschaften, denn wir haben im Prinzip soweit eigentlich alles hier durch, es fehlt wirklich nur noch, dass ich hier gucke, ob uns, wie heißt, also, dass ich hier nachkontrolliere, was, was, ach, guck mal, da haben wir Batgirl, super, was können die eigentlich jetzt, kann die irgendwas spezielles, kann die bestimmte Anzüge benutzen oder so, gibt es hier nicht einen speziellen Raum für die Anzüge oder so, nee, ich wollte auf jeden Fall mal ganz kurz einfach die Batcave anschauen, schauen, was es hier noch so für Sachen gibt, die man mitnehmen kann, und, ähm, ja, so, das sind die Trophäensachen, auf Betten ist Verlass, ach so, das sind die ganzen, ja, ist ja gut, das sind hier die ganzen Mini-Kit-Zeuge, so, hat man da lang, nein, wir fehlen nicht viele Sachen noch, ne, guck mal, hier habe ich sogar gar nichts, unter der Stadt, hm, guck mal, Sachen kann ich auch noch kaputt machen, ich weiß auch gar nicht, wie sehr der Reiz hier dran ist, jetzt hier auch, ähm, Geld einzusammeln, so, wie lange streamst du denn heute noch, puh, weiß ich gar nicht, also entweder streame ich jetzt noch, äh, nur noch das hier, oder ich streame gleich noch mehr in der Kleinigkeit, das weiß ich halt noch gar nicht, genau, und das hier muss ich auch noch vervollständigen, und dafür brauche ich eigentlich dieses volle Geld, also überall in jeder Mission, meines Wissens nach, und da muss ich dann halt mal nachgucken, ach, guck mal, wir haben die dann einen Stein gekriegt, ähm, ja, da muss ich halt eine Mission noch für machen, weil da habe ich irgendwie gar nichts gehabt, warum auch immer, aber ich glaube, wir machen jetzt nur noch das Batman, dann quatschen wir noch ein bisschen, und ich glaube, dann reicht das aber auch, würde ich jetzt mal so sagen, ach, guck mal, das Geld bleibt eingesammelt, ne, also ich denke mal, bis wir irgendwann wieder, äh, neu starten, wird da auch was versteckt, manchmal ja, manchmal nein, manchmal ja, manchmal nein, ja, wenn nix, falsches Game, oh, stimmt, 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 wir haben gerade erst gewechselt, danke schön, ja, ich, ich habe jetzt gerade Animal Crossing gespielt, und ich habe es total verpeilt, so, der Outfit, haben wir den eigentlich als, nein, ich will den nicht rein, ich wollte den Outfit haben, so, 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 guck mal nochmal oben, ich war dabei, wie das gezockt, ach so, ach so, okay, 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 so, ich frage mich auch, wie man da oben hinkommt, also natürlich, man braucht hier, da unten kann man umschalten, na, dass sie überall so Handeln sind, ich glaube, das soll ein Handeln darstellen, oder, meinst du mich jetzt mit lost, ich, heute habe ich echt Probleme, ist manchmal so, Tatsache, die kann die Sachen von Batman annehmen, kann die auch die Sachen von Robin annehmen, boah, das wäre echt cool gewesen, so Robin, dann nimm du mal den anderen Anzug, so, wie man mod werden kann, äh, in dem man sehr präsent im Chat ist, und, äh, also ich sag mal, ich, die aktuellen Leute, die Mods sind, das sind Leute, die halt so gut wie immer da sind, und sich halt auch sehr stark, ich sag mal, generell in der Community engagieren, also das ist bei mir halt so, wie es bei anderen Streamern ist, weiß ich nicht, so, dann zeig ich mal her, was es hier oben so gibt, ich glaub nur Geld, oder? Ja, ja, ich hab es als nichts, So, das kann ich, ob man, also bei einer Sache konnte man die Extras freischalten, bei der anderen, also bei, bei, beim Arc konnte man was anderes freischalten, so, schauen wir doch mal, was man hier machen kann, Figuren, ah, hier kann man die Sachen machen, Anzugs-Upgrades, Ach nee, hä? Schneller enthaken, alle Anzüge, weitere Betarung-Ziele, okay, aber schneller enthaken, ach, schneller enterhaken, Entschuldigung, was bringt mir das, da bringt mir doch gar nichts, also wenn da wäre, weitere Betarung-Ziele, hilfreich, Daten, Batman hat eine Kollektion an antiken Rüstungen in der Betthöhle, als Teil seiner Studie und der Militärgeschichte, was, die Kollektion beinhaltet Rüstung europäischer Ritter, Wüst, okay, Was sind das denn für Sachen? Ach, guck mal, die muss man hier kaufen? Ach, das sind diese Tipps, das gab es doch in Lego Star Wars, ne, da gab es auch so Tipps, sehe ich aber nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben, das ist doch zum Großteil einfach nur so random Fakten, ne, und die sind noch gesperrt, also gibt es noch mehr Missionen, oder was? Charaktere, Aha, Bruce Wayne, Alfred, ach, guck mal, jetzt sind die, Matt Hatter's Gleiter, Whittler Jet, Schurkenhelikopter, Bruce Wayne's Privat, nö, was haben wir denn hier? Nightwing, cool, jetzt komme ich nach Gordon, Polizeioffizier, Fischverkäufer, Militärpolizist, Wächter, also irgendwann müssen wir alle kaufen, Wissenschaftler, Segler, Polizeischütze, Catwoman, Classic, Manbed, der Hutmacher, äh, die haben wir alle nicht? Der Joker, Tropisch, das müssen wir machen, sorry, Personalhandlager, Zof, Feger, okay, wie so ein Pfleger, Friesfrau, man kann Friesfrau haben, Yeti, Whittler Schläger, Whittler Handlanger, Pinguin Schläger, Pinguin Handlager, Pinguin Unterwürfel, oh, ja, mit Joker Schläger, Joker, Clown Schläger, gesperrt, äh, ist das nicht auch der Joker? Okay. Auto, ного cohort, Polizei, Van, Bad Panzer, Catbike, TooFest Truck, Mr. Friescard, CaliQUIN SummerTrunk, Jokervan, Müllabfuhr, U-Boot, Polizei fahren, Polizei fahren, wo道 stabil. Matt was Dampfer auch geil ngst, auch ne, schön, schön. Was du musst, äh, mal was, äh, mit dem Kanal punktum machen, habe so viele, äh, kann nix dafür, ja, ich habe ich habe ja sachen ich habe ein paar sachen aber da kam ich noch nicht zu leider ich werde es doch machen pp eislauf war netzpunkt aber nichts extra aktivierung kann okay nicht noch mehr schnell bauen kälte immunität das wird sich lohnen schnell bauen kann ich auch erst mal nehmen sie leuten ja der rest lohnt sich halt gar nicht weiß auch gar nicht was pp macht ja schade kurz story clips kann man die ganzen clips angucken das ist ja cool aber guck mal wir haben hier alle auto tod lachen intro tod lachen okay da gibt es ja gar nicht mehr und zuck abgeholt ach so okay wir kommen dann kaufen wir das hier noch dazu und brauchen wir das und das ist nicht so teuer ist okay selbst anpasst eine schwierigkeit an sie leuten nein dann brauchen wir nicht extra aktivierung ich weiß gar nicht was extra aktivierung ist schnell bauen an kälte immunität an das ist super sachen so schön ich hoffe es gibt noch so ein ding dass man automatisch gleiten kann ohne dass man diesen anzug tragen muss weil das würde halt für bett mit viel besser passen weil das irritiert mich die ganze zeit aber akkum city kannst du das ja einfach machen hier finde ich auch schade dass man nur die beiden sind warum warum hat man nicht irgendwie was anderes sowas gibt es hier oder gibt es genau dasselbe tatsache gibt es genau dasselbe aha da haben wir den guten joker ich glaube nicht dass hier viel war was uns jetzt hier lohnenswert lohnenswerte hilfe geben könnte haha so schön dümme laufen herum ok ja und da müssen wir also also jedenfalls nächstes mal wenn wir auf jeden fall hier die ganze mission noch mal machen müssen was hat das denn hier ist niederner stein gibt es irgendwie super noch ein bisschen geld sammeln aber cool eigentlich wie viel geld man hier kriegen kann aber früher in lego stars 1 da bin ich so oft einfach nur rumgelaufen habe in der oberwelt geld gesammelt da freue ich mich auch drauf wenn wir die irgendwann mal spielen also die original die muss ich mir für die gamecube dann kaufen so so dass nur die mission so dann will ich nicht runter weil da kommt so blöd wieder raus etwas man mich alles glücklich machen kann so was hier cool so und hier genau das gebäude ist fertig schurken super kit akkus halem das haben wir das haben wir gekriegt weil wir alle überall volles geld gekriegt haben warum ist deine leiter ah ok ich glaube wir haben das akum hier mitgebaut und können jetzt da ist eine mission oder so was ist das oder was ja das können wir dann nächstes mal mal machen ich dachte wir sind im akum also ich glaube das ist einfach eine mission kurz auch gleich mal ausprobieren und kein problem mit können wir gleich mal machen wollen wir auch immer solche was sollen die zellen überhaupt alle das ist ja nur ein weg um da hinten hin zu kommen so genau weil ich wollte noch mal gucken ob wir jetzt die bessere möglichkeit haben uns unseren eigenen joker zu erstellen also unseren oder badjoker ob das auch immer ich machen wollte ich hab's vergessen so genau ich weiß auch nicht mal wie das war oh das ist von der motto na das würde auch gut passen so das tropik ding hatten wir doch schon entweder würde ich das joker oberte ich glaube ich nehme das auch von der motto das würde besser passen zu dem was ich machen möchte ja haben wir irgendwie ich glaube die sind nur farblich noch die zeit war alles nur farblich war unterschiedlich ja sieht so aus ja so man ist richtig handschuhe sind und ist noch weiß dann wird war das weiß oder gelb wäre auch gut das ist eher weiß immer mal gelb das sieht so komisch aus waffe ist richtig schön das durch harley quinn ja das harley quinn genau den joker habe ich gesucht aber ich gucke trotzdem nochmal nach es gibt so einen joker in den comics ich fand es halt total lustig wenn man den nimmt ich hätte voll gerne lieber ein kopfteil was halt lila ist so ein bett beim kopfteil ich glaube das haben wir hier nicht das wäre auch schön voll viele sachen ne ne nehme ich diesen hut fand ich ganz gut den hut fand ich ganz gut schön test ich finde cool warte mal kann kann ich doppelwaffen vom normalen joker kriegen Das fände ich sogar noch besser Ne Das ist doch blöd Ja, schade Ja Also die Arke Mission fände ich ganz lustig, wenn wir die machen Dann lass die noch machen Da bin ich jetzt echt neugierig, was das ist Wenn wir schon die Möglichkeit hier haben Flupflupflupflupflupflup Ein bisschen Geld sammeln Und das bestimmt so eine mit 100% sammeln oder sowas 100% Mit 100 oder Millionen Steine sammeln Solche Mission gibt's ja auch Mann, das ist genau da Achso, da vorne So Was haben wir hier explodiert, was ist hier los Ist noch ein Stuhl Egal, wir gehen jetzt einfach da hoch So, Asylum Äh Ich weiß auch gar nicht, ob wir alle Fähigkeiten haben Weil es gibt ja zum Beispiel auch so Sachen, dass ich zum Beispiel Durch Feuer laufen kann Kann das eine Figur davon? Ich weiß es ja nicht So Profischer Joker Ich nehm mal Red Girl Ja Äh Im Lego-Universum gibt es Äh Was? Keine Grenzen Verbrecher Genie Was? Ein Verbrecher Genie hat eine Millionen Steine in Arkham Asylum Für einen glücklichen Finder hinterlassen Sammle sie alle Bevor dir jemand zuvor kommt Tatsache Das ist eine Mission hier Wo wir eine Millionen Steine sammeln müssen Das könnte sich ziehen Und die Sache ist Ich weiß nicht, ob man hier eventuell bestimmte Fähigkeiten braucht Und Ach, guck mal, das ist cool Dadurch, dass die diese Fähigkeiten hat Wird das auch noch ein bisschen kürzer gehen Äh, ja Es gibt so Missionen in dem Spiel Wo du eine Millionen Steine sammeln kannst Und Ähm Ja, das ist eigentlich ganz Lustig Die Idee, sag ich mal so Und wir sind jetzt halt im Arkham Asylum anscheinend Nein, du sitzt nicht Was soll das denn hier? Okay Okay Hm Hm Achso, wir haben dann noch einen Schalter Äh, was soll das denn bringen? Ist das einfach nur, wenn man zu zweit spielt oder so? Hm Komisch Naja Los zur Seite, mein Freund Hä? Ich erzähle das mal so ein Kackstein Ja, soll mir egal sein, aber Von dem wie komisch Warum auch immer in der Mitte ein Knopf ist, verstehe ich auch nicht Wir werden Hä? Okay, jetzt kann ich nicht mehr schieben Hm Keine Ahnung So, was macht das hier? Ist ein Laufband, ne? Aber das kann ich Kann ich nichts dran machen Naja Wollen wir mal weiter gehen Ja, was ist mit denen denn los? Kann ich die nicht besiegen, oder was? Hä? Hä? Was soll das denn? Hm Kann ich nicht besiegen? Was soll das? Oh, ich fahre dir kein Geld Super Okay, dann ist das nur nervig Wenn die angreifen So, ich kann die Figur wechseln Schön Was ist das denn für einer? Ach, guck mal Das ist Ah, das ist Batgirl Aber mit den anderen Fähigkeiten Ach man Hey Ah Wer das Okay Ich komme hier nicht raus Ich werde sie Ach, das ist doch doof Ist bestimmt irgendwo eine Möglichkeit Damit die aufhören Einen Anger zu greifen Oh, oh Da kommt noch einer Da wird voll die Schelle gegeben Der ist noch was für Robins Zum Einsammeln Oh Mann Gib mir doch irgendwo Ja, die Wirklichkeit Okay, das ist ein Schalter Einfach machen Nix mehr Hallo 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 Ich Hey Ja, ich kann Ich kann das leider nicht machen Weil Ah, super Okay Hey, Loading Duo Was geht? Also Bei mir geht es alles gut Und selbst Nein Nein So Jetzt aber Ne Funktioniert auch nicht Schade Auch alles klar Das ist super Hä? Hä? Habe ich da jemanden besiegt Oder was? Warum laufen jetzt plötzlich alle weg? Okay Also nicht, dass ich damit ein Problem hätte Aber Das ist schon lustig Fühlt sich hier wie Pac-Man an, ne? Hallo Okay Naja Geht es auch ein bisschen flockiger Was für eine Konsole spielst du? Auf der Wii Spiele eigentlich Nur auf Nintendo Konsolen Also einfach auf anderen Aber halt So in Streams Und so spiele ich eigentlich so gut Wie nur auf Nintendo Konsolen Hm Und also eigentlich spiele ich auf der Wii U Aber das ist halt das Wii Spiel Aha Noch mehr Geld So Ja, aber das Geld geht eigentlich recht schnell, ne? Also und hier sind ja noch mehr Sachen zu einsammeln Also okay, wir haben vielleicht 200.000 fehlt noch Äh, das war nicht Obwohl Da kommen ja jetzt noch die ganzen Münzchen So Hä, das ist nur Okay Ich dachte, das wäre noch irgendwas wichtiges oder so Moment Äh So Hier einer wurde wieder besiegt Ich glaube immer, dass es immer funktioniert Ich habe keine Ahnung Ah Hä? War das denn zurückgekommen? Der kommt Tatsache, die kommen zurück Ach, die werden dann schneller Ah Rot ist am Damm gesammten, oder wie? Aber siehst du, grün ist irgendwie Ach, die gehen dann Das ist tatsächlich wie Pac-Man Okay Okay Hm Hm Ah, wir haben es Ja, aber ich sage mal In den späteren Spielen ist das ja viel, viel schwerer Hm Komisch In den späteren Spielen ist das meist so, dass das halt, äh Dass du da wirklich ein bisschen mehr als eine Million Steine hast Oder ist das halt Naja Neustart nach dem Zeilen Das hat mir gar nichts gebracht jetzt, oder was? Okay Hm Das ist das auch Ich denke gerne mal Ich bin Ja, das ist ja Okay, komm Ich bin